All right, 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 Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße mal an die im Frühaktiv. Wisst ihr eigentlich, was heute für ein Tag ist, Leute? Heute ist ein Dienstag und Dienstag ist meistens Content-Update-Tag. Jetzt zumindest in Season 6 hatten wir jede Woche Dienstag eigentlich ein Update gehabt, ne? Mal ein großes, mal ein Item. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind eigentlich tatsächlich die Ufos. Weil die Kong-Kreise sind ja schon da, ne? Und deswegen warten wir jetzt wirklich auf die Ufos. Und da heute der Dienstag ist, ist eigentlich der beste Tag dafür, dass wir heute ein Content-Update bekommen und die Ufos sich aktivieren. Ne, es ist ja alles schon vorbereitet mit von Epic. Die haben ja schon alle Dateien reingebracht. Und deswegen warten wir da im Livestream, Leute. Schaut in den Livestream vorbei. Wir warten auf die Ufos. Spielen natürlich ein bisschen miteinander. Und wenn die Ufos heute nicht reinkommen, was natürlich auch möglich ist, ne, will ich natürlich hier ganz und klar betonen, Leute. Es kann natürlich sein, dass die Ufos trotzdem heute nicht reinkommen. Dann wird das irgendwann in den nächsten Tagen passieren. Und noch einen Tag und noch einen Tag. Bis die dann wirklich tatsächlich irgendwann aktiviert werden. Und das will ich mir anschauen und mit dabei sein. Deswegen rein in den Livestream, Leute. Und falls ihr diese Stream-Ankündigung jetzt random von YouTube empfohlen bekommen habt, Leute, empfohlen es nur eine Stream-Ankündigung. Erst gerne Abo-Button und Glocke auch reinhauen, ne? Weil bei solchen Videos haut hier kaum jemand ein Abo rein, weil ich nur einen Stream-Ankündige, ne? Würde mich auch freuen. Und dann gerne mal ein Abo-Button und Glocke auch reinhauen. Und dann wieder zu diesem Video haben wir das jetzt schon mal ein Abo-Ankündiger.